frisch gestutzt und frisch geschoren vielleicht gibt es was auf die ohren in diesem sinne einen wunderschönen guten tag mein name ist der grund keine ahnung wie ich auf diese idee kam so eine einleitung zu machen naja ist ja auch egal denn ich habe was zu verkünden beziehungsweise ich habe eine frage an euch habt ihr bock was zu gewinnen ja das ist gut denn ich habe nicht bock auf was zu verlosen wie sag ich denn die ganze bock was zu gewinnen da habt ihr natürlich ja ihr habt die möglichkeit bei mir am dritten advent also am 13 dezember 2015 kommt ein video wo ich ein gewinnspiel da steckt der teufel im detail quasi ankündige beziehungsweise mache wenn ihr dabei sein wollt solltet ihr natürlich auch am 13 dezember dementsprechend wieder einschalten und wie geht das am einfachsten indem ihr mich abonniert denn dann könnt ihr definitiv mit dabei sein es sei nur so viel verraten was es genau ist das erfahrt ihr dann am 13 dezember aber es sei nur kurz verraten ihr kriegt von mir wenn ihr gewonnen habt dann einen steam key ein spielen deswegen auch gewinnspiel das war was anderes was hat man ja eben schon nein ihr kennt von mir ein spiel geschenkt wie gesagt steam und das spiel hat einen wert von 18 euro 49 ist es also nicht irgendein billig spiel deswegen würde ich sagen wenn ihr dabei sein wollt natürlich ein abo hinterlassen und ansonsten wenn euch das video gefallen hat dann einen daumen nach oben und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten video aus der rhein bleibt bei guad